Wo seid ihr blöden Drecksvögel? Okay, das war wahrscheinlich der, der mich getötet hat. Ja, komm. Na, erstmal Feuerschwert. Schön hier. Verpass ich mir erstmal mit Feuerball. Pfff! In den Arsch! So. Sehr gut. Energie... und die Urne. Cool. Pfff! Hat mir grad die Nase kratzen. Werden mich zwei Vögel töten wollen. So. Und ein schwarzes Viech. So. So viele Münzen gesagt, ich kann ja mit einfach nichts machen. Kann man nichts einkaufen, also... So. Eins... Zwei... Tres! Heys! Heey! 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 Und hier ist ne... ne kleines Geheimnis. Hoch da! Hoch da! Hoch da! Herkule Herkule... Heey! Und ein Schutzschild... Ach, die bewerfen mich mit Stein... ...und ein Schutzschild... Aua, 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 hab ich gesagt. Ey, die Erste haben mich ja gar nicht getroffen, die habe ich ja den gemacht. Ja, ist gut. Oh, der hat auf mich gewartet. Die alte Schlampe. Und der wartet auf mich. Oh, da war ein A2. Ich springe noch voll in seinen Schnabel. Komm weg. Ah, den habe ich ja gar nicht gesehen. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Ich will nicht noch ein Leben verlieren. So. Jetzt müssen wir den geflügelten Panther kaputt machen hier mit Schnabel. So, ah, schöne Energie. Da will ich hin. Da will ich hin. Ja, wo kann ich denn hier mal... Richtung Kamera, danke. So, da war doch gerade... genau. Hä? Ah, ich habe da irgendwann zerstückelt. Ah, noch mehr Energie. Sehr gut. Sehr gut. Oh, ich guck mal in die Nase aber. Ah, 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 ah. Heppa. Ach, schön, noch mehr Energie. Du bist gut, der Boss. Jawoll, oieieiei. Ja, verpassen wir ruhig eine. Abergut. 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 Schnell. So. Hepp. Passt ziemlich gut. Ah, komm. Auf da. Da hinten ist nämlich die Olle. Die uns, glaub ich, hinterher im Film verrät. Ja, toll. Und dafür retten wir sie jetzt. Ja, ey, hallo. Kannst mal aufhören. Boah, wird das eine knappe Geschichte. Spring doch auf sein... Ey, sag mal. Ja, toll, wenn ich jetzt... Ich verrechte euch jetzt nicht deswegen, oder? Doch. Boah, so ein Mist, ey. Du pfeff... Drecksviech, ey. Boah, bin ich schlecht, ey. Ist doch der erste Boss. So, jetzt aber. Warte. Ich bin doch wohl nicht hoch genug gesprungen. Hepp. Drehe ich mal um und danke. So, und zurück. Nur einmal, komm. So. Hoch da. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Nein, doch nicht. HPro! Jetzt aber ganz. Hööööööööööööööööööööööööööööööööööööde. Äh wie hier ist schon wieder nach der Treffer. Boah ey, das ist doch nicht zu fassen, ey. Ich bin so... ...alfinden so... ...unfähig. Puh! Hier jetzt aber, komm! jawohl! Pft... Was für eine schwere Geburt, ey. Das war doch der erste Boss. Jetzt habe ich erstmal das S ein. Wenn aber ich es kann. Jetzt muss man nämlich noch eine verpassen. Dann ist das Level zu Ende. So. Und dieses Level ist auch beendet. Das hat aber lang genug gedauert, ey. Okay. I'm gonna release. Continue. Oh, ich kann speichern, weil ich alle vier Uhren gefunden hab. Sehr gut. Aber ich speicher lieber. Ja, sicher, 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 dass da schon ein gespeichertes Spielstand gesteht, kann ich euch auch erklären. Und zwar habe ich das Spiel gestern schon mal gezockt. Habe auch einen super Kommentar aufgenommen. Innerhalb von 90 Minuten hatte ich das Spiel durch. Problem war nur, der hat das Video nicht aufgenommen. Komm her, komm her, komm her, we got a job to do, remember? Ich hoffe, ihr kriegt ein bisschen was von den Videos mit wegen dem leisen In-Game-Sound, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Problem lösen kann. Ich glaube, jetzt kommt das Level, äh, was auch in der Demo zu sehen war. Ich glaube, das ist ja jetzt diese Stadt. Das ist ganz schön lang, das Level, aber das kann man auch in der Demo zocken. Das kann ich damals auswendig. So! Und hier gibt es ganz viele Gegner, die man nicht töten kann. Zum Beispiel Katzen, die anfangen zu brennen. Genau. Und so einen lustigen Typen, der die ganze Zeit in der Mülltonne rumrennt. Und irgendwie uns, weiß ich nicht, umlaufen will oder so. Genau, der. Und ich kann ihn einfach nicht töten. Obwohl er es mehr als verdient hätte. Das erfolgt er mir auch noch richtig eifrig. Heppa! Ja, ey, du bist echt... Sprich nur mal ein bisschen eher, ey. Aber Energie ist gut. Feuerschwert! Nein, da fall ich jetzt nicht runter. Und ich kann mich nicht mehr so sagen. Ah, Hinkawa, kommst du nicht schon wieder her, ey. Und ein Messermensch. Noch ein Messermensch. Und zack. Und... Und... Und die dünnen, die werfen nämlich mit dem Messer. Und das ist echt nicht schön. Okay, geh ich da jetzt noch nicht lang. Geh ich erst mal hoch. Ein paar Levels will ich auch gut lösen. Und da ich gerade so rumgetönt habe. Höh, ich kann doch nicht auswendig. Höh, äh, sechs Millionen Mal gespielt. Deswegen will ich das jetzt auch einigermaßen gut lösen. So, von wegen Münzen sammeln und so. Am Ende jeden Levels, das habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt, ist nämlich eine, äh... Ja, Bewertung, von wegen wie viel Prozent der München habt ihr eingesammelt und, äh... So Scherze halt. Und dann krieg ich noch ne, äh... Einen Titel.